Jetzt willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Marsch. Wir sind unterwegs für Verletz 16 und praten bei der Vision. Und ein bisschen beschäftigen. Nebenbei, ich kann ja nicht schauen. Wir werden aber erst einen Überführungskurs fahren und Dünger auffüllen. Weil der Düngersteuer wird ja nicht reichen. Wir haben den gerade gewaschen. Der ist der beste Fahrt. Schauen wir mal. Wir starten hier vorne. Wir werden hier eine Kurzaufzeichnung. Wir fahren mal auf den Hof. Und wir fahren rechts. Wir fahren rechts. Dann werden wir gleich vom Dünger ran fahren. Dann können wir auch gleich beim Atmen vorbeifahren. Und kalten und Heppizide. So drei Dinge ab. Wir können vier Dinge machen können für Fallerfälle. Wenn wir schön rechts fahren, unser Mond sieht gut aus. Jetzt kommt ein bisschen heif. Oder es wird noch heif. Noch nicht weit. Es blüht gerade. Der Mond, der blüht so schön. Unser Giftprozzi ist nun vorbei. Und Bekämpfung Unkraut. Und ich fahre aktuell als Überführungskurs für Feld Nr. 16. Der soll für Dünger gelten. Der soll für Dünger gelten. Aber auch für später für Unkraut. Bekämpfe. Predizide. Und was genauso wichtig ist. Saatgut. Saatgut. So fahren wir jetzt mal hier. Vielen Dank. Jetzt fahren wir hier vorbei. Am möglichen Trickern. Entschuldigung ist das etwas ungünstig. Sehr ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Wer hat dich hingestellt? Und dann fahren wir hier mal weg. Bei den engen Radius. Den kann keiner kommen. Auf keinen Kurs gehen. Aber ich könnte den Kurs ja zum Glück. Zurücksetzen. So, das wird ich mir wieder da machen. Ich könnte jetzt Pause machen. Dann lassen wir es lieber. Ja, der Düngerfeuer ist dran. Dann geht die Hand hin. Naja. Wer hat nicht aufgeräumt? Ja. So ist das. Sowas davon sowas. Aber jetzt stellen wir erstmal hier ganz rechts hin. Da wo er auch irgendwie nicht stört. Dann machen wir den Kühlersteuer wieder an. Ja, boo. Das heißt, wir müssen jetzt hier gewaltig zurückgehen. Pause. Da kann man kaum noch sehen, ne? Da können wir kurven gefahren. So. Ja, das geht. Wie sie haben ihn dürfen, ist zu eng fangen. Später mit der Amazone Sehmaschine ist es besser. Man hat ein bisschen mehr Freiraum gelassen. So, jetzt fahren wir zurück. Es kreuzen ist okay, weil wenn nur ein Fahrzeug fährt, ist es mekanisch. Mitte ist nur das für rechts fahren. Denn falls wir doch mal andere Kurse fahren sollten, dass ich die nicht gegenseitig stöhne. Wir haben wieder einen weiteren Tag Sonnenschein. Bei ihm kriegen wir keinen. Da brauchen wir jetzt froh, kackt was. Aber welches wird mir auch gerade in dem Kontext da auch nichts. Naja. Gleisert mit dem nächsten Fetch erledigt. Wer weiß. Wenn einer kommt. Mit der Regen tun sie nicht davon. Es soll nur die Frucht Tabak kommen. Aber alle Früchte brauchen mehr Felder. Wir brauchen mehr Felder. Das heißt, wenn wir durch Missionen ein bisschen was verdienen können. Oh, das ist nicht so gut. Das heißt. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück. Ok, fettig. So, speichern. Hier Hier Und so setzen. So, so. Und so, und da. Und so, und da. Dinger mit I. Feld 16 kann mit dem Halt am Arm dann gewusst. Und da, ja, 16. E. Und so weiter. Und so weiter. Weiter. Jetzt, wenn wir... ...löschen. ... 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 im Grunde egal, im weit ist gut. 24 30 Kurs Kurs Weichern Kurs 30 Lüder Kurs Handeln Kurs 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 Und mal stehen lassen weiter. Na, ist noch nicht reif. Dauert eine halbe Stunde. Das Feld wolle ich mir jetzt kaufen. Das ist Feuer. Aber Geld haben wir nicht. Kann man nicht machen. Mal schauen, was die Kühle alles haben. Sauberkeit ist gut. Wasser ist auch gut. Stroh ist auch gut. Wie gesagt, Mischration ist kritisch. Naja, das reicht noch für mehrere Tage. Wird die da 100% haben. Nächstes Ziel in 10 Stunden. Oh Mist. Milch habe ich auch ein bisschen was. Wird nicht für 15.000 aus den Jungs fahren. Pflügen. Wir können ja die andere Mission machen. mit dem großen. Über den Kalkstreuer leeren. Und den kann man ja nehmen. Aber da ist Kalk drin. Wir können ja das Kalk hier auch in Silo rein tun. Umlagern. Oder umlagern. Und dann kann ich Feuer. Das können wir auch tun. Dünger rein. Und andere Dünger dazu machen. Wird nicht ganz so voll. Aber dann brauchen wir keine Überführungskurte entfahren. Wo kamen denn eigentlich hin? Jungen. Die Ballen pressen. Die Ballen pressen. 17 ist 18. 20 ist nicht groß. 18. Das ist leicht. Ja. Wo ist 18? 18. 18. Da. Da kommen wir dahin. Da waren wir noch nicht. Ja. Dann düngen wir heute ein bisschen. So wollen wir verdammt. Das soll schon gewesen sein. Die Zeit ist um. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch ganz gerne mein Abo. Ansonsten natürlich von Wiedersehen. Dann seid mal Füße in die Mitte. Tschau. Bis dann. Tschaui. Tschaui. Tschaui.